...spiele um höhere Einsätze. Wer das Glück zwingen will, die ereilt zum nahen Schrein und befragt die Geister. Der Fall der Schalen zeigt an, ob einem Glück oder Pech ins Haus steht. Doch der Wurf lässt sich wiederholen und das Glück solcher Art zwingen, wofür den Geistern entsprechend Dank gebührt. Der Aberglaube schlechthin ist sehr verbreitet im Labyrinth der vermauerten Stadt. Hier eine andere Art. Ein Vogel zieht die Wahrsagung aus dem Kasten wie ein Los. Was das zu bedeuten hat, wird dem Kunden vom Wahrsager in langen Erklärungen dargelegt. Das Schicksal aus der Hand gelesen. Auch das kennt man im Labyrinth. Wahrsager, Handleser, Wunderheiler. Ihre kleinen Geschäfte gehen gut in den dunklen, nassen Höhlenstraßen der vermauerten Stadt, in denen so viel unverdiente Armut neben so viel illegalem Verdienst existiert. Noch etwas geht gut in der vermauerten Stadt. Die Ordinationen der Zahnbehandler. Sie sind weder Ärzte noch Dentisten. Das Behandeln der Zähne, das Formen der Prothesen haben sie vom Vater oder dem Onkel gelernt. Von klein auf, schon als Kinder. Schulen und Kliniken haben sie nie gesehen. Sie besitzen kein Diplom. Sie sind daher als Zahnbehandler nicht zugelassen. Nur in der Stadt ohne Obrigkeit und ohne Gesetz können sie sich halten. Aber sie verstehen ihr Gewerbe gut. Und wissen auch dafür zu werben, indem sie ihre Arbeiten in Vitrinen zur Schau stellen. Medizinen aus getrockneten Tieren gewonnen, gehören zur traditionellen chinesischen Heilkunst. Wie etwa diese getrockneten Seepferdchen und vieles andere Getier. Apotheken der traditionellen chinesischen Medizin fehlen nicht in der vermauerten Stadt. Die Kunden beschreiben die Symptome. Der Apotheker stellt eine dementsprechende Mischung von pflanzlichen und tierischen Heilsubstanzen zusammen. Heilkräuter befinden sich darunter. Aber auch wenn es sein muss, getrocknete Raupen oder Kellerasseln. Das Ganze wird gekocht, der Sud getrunken, aufgetragen, eingerieben. Je nachdem. Der Apotheker kennt seine Kunden. Unaufgefordert legt er zwei Kekse mit eingebackenen Wahrsagungen dem Medikamentenpaket bei. Doch der Tod ist nicht immer zu vermeiden. Und in den feuchten Wohnungen der vermauerten Stadt stellt er sich eher früher ein als später. Dem Andenken des Toten wird ein Hausaltar errichtet. Mit dem Bild des Verblichenen im Zentrum. Mann gedenkt des Toten mit Gebeten und entzündet Räucherstäbchen. Der Jungverstorbene war ein wichtiger Mann. Er konnte Wohnraum in der vermauerten Stadt beschaffen und damit Zuflucht gewähren oder ablehnen. Auf dem Altatisch Opfergaben ganz im Sinne uralten Brauchtums. Wegzehrung für den Heimgang. Vom Obst bis zur Lucky Strike. Was der Tote halt zu alles mochte. Und was sich die Hinterbliebenen leisten können. Der Abend kündigt sich an. Selbst in dieser Stadt ohne Tageslicht. Zwölf Stunden hat der Arbeitstag gedauert. Die Betriebsstätten werden geschlossen. Man geht heim. Die Straßenzüge, sonst voll des Lebens, beginnen sich zu leeren. Jetzt, da es auch draußen finster wird, drängt man hinaus vor die Mauern der vermauerten Stadt. In die Gaststätten. In die Auskochereien. Wer sich's leisten kann, gönnt sich ein Essen, wie es die Chinesen lieben. Nicht, wie es im Labyrinth für Ausländerlokale vorfabriziert wird. Was man isst, das muss garantiert frisch sein. Und daher noch leben, ehe es gesotten und gebraten wird. Die Krebse, die Krabben, die Frösche, die Schnecken. Gekrochen, gekocht erst in Anwesenheit der Gäste. Unter den Gästen fallen jene aus der vermauerten Stadt auf. Blickt man in ihre Gesichter, ist man versucht zu glauben, die Zeit sei stehen geblieben. Sehen sie doch so aus, wie vor 100 Jahren, die Piraten in jenem Dorf hinter der Mauer, das von England und China ausgeklammert wurde. Und das daher keine Obrigkeit kannte und kein Gesetz. Und nicht viel anders als damals scharrt man sich um die Straßenopera. Die Instrumente sind immer noch die gleichen. Und die Balladen, die hier gesungen werden, noch dieselben, wie man sie vor 100 Jahren hier gesungen hat. Wovon sie künden, diese Lieder, das ist heute so gültig wie damals. Sie berichten von den Mächtigen und den Ohnmächtigen. Von den Reichen und den Armen. Von den Verfolgern und den Verfolgten. Und dass dennoch alle, alle Menschen nur Spielball der höheren Mächte sind. Trostspender waren diese Lieder schon damals. Sie sind es auch noch heute für die Menschen aus dem Labyrinth. Die Straßenopera ist zu Ende. Die Lieder sind verklungen. Doch wenn man sich umsieht auf der nächtlichen Straße vor den Mauern der vermauerten Stadt, so sind die Menschen alle da, von denen hier gesungen wurde. Die Reichen und die Armen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen. Und es gibt auch die Verfolger und die Verfolgten. Vor den Mauern patrouilliert, wie auch schon damals, die Polizei. Aus dem Dorf ist eine Stadt geworden. Hinter Mauern liegt sie noch immer. Nur sind sie heute viel höher. Und sie ist mit Käfigen behangen. Mit Käfigen für Menschen. Immer noch gewähren sie Schutz, diese Mauern. Den Unschuldigen wie den Schuldigen. Hinter ihnen liegt Hongkongs geheime Stadt. Liegt ein Labyrinth für 50.000 Menschen. Die optimismバarde sie sich.